Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 37.900 US-Dollar, im Gegensatz zu gestern, eigentlich kaum verändert. Wir sind ein bisschen tiefer, wir sind auch bis hier knapp ans 0,5er Fibonacci Retracement Level gekommen oder beziehungsweise sind wir hier sogar ans 0,5er Fibonacci Retracement Level gekommen. Haben von hier aus jetzt nochmal einen kleinen Bounce gesehen, der aber kein höheres Hoch erzeugt hat. Und wer sich an die Analyse gestern erinnern kann, weiß, okay, hier oben war unser Short Entry und es ging dann erst einmal nach unten. Ob sich jetzt dieser Trend so weitersetzt, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen. Außerdem werden wir mal ganz kurz auf die News von gestern blicken, die meiner Meinung nach immer noch absolut irrational sind. Aber gut, schauen wir uns das gleich auf jeden Fall an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online geht und ansonsten gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen und weiterhin natürlich die Aktion bei BingX, 10% Gebühren sparen und wie gesagt, da kommt auch bald noch ein neues Gewinnspiel für alle, die sich hier bisher immer registriert haben. So, aber nur so viel dazu. Auf jeden Fall, gehen wir rüber zu Bitcoin. Wir sind gestern in der Spitze, wie gesagt, auf 38.447 US-Dollar gekommen. Wir haben ein neues Hoch erreicht. Das ist positiv gewesen, das heißt, wir haben die Liquidität hier drüber nochmal abgefischt, aber wir hatten kein Klos da drüber. Und wer gestern früh eben das Video geschaut hat, kann sich daran erinnern, wir hatten gestern so einen Plan, also sich so Zeit verschoben, aber hier diesen Plan einfach nochmal über diesem Hoch hier drüber zu kommen. Setup wurde hier fast auf einen Dollar genau abgeholt, also waren sogar 20 Dollar, wo es noch ein bisschen höher ist, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall, Short-Position läuft, Take-Profit genommen, habe ich dann gestern noch in die Telegram-Gruppe geschrieben. Ich kann es euch aber jetzt hier nicht zeigen, weil es irgendwie nicht lädt. Sorry, dafür ist aber auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe hinterlegt. Und von hier aus sind wir dann bis ans 0,5er runtergekommen. Und wer sich daran erinnern kann, auch nochmal, dort lag unsere erste Vector-Candle und natürlich auch unsere Psy-Range, die hat das hier abgeholt. Ich bin aber gestern bewusst nicht hier nochmal in die Long-Position reingegangen, weil ich dazu ja gesagt habe, hier unten das Golden Pocket liegt mir einfach deutlich, oder wäre mir deutlich lieber, wenn wir hier eben nochmal reingehen, einerseits hier die Mahnzone, also die Support-Zone abholen und natürlich hier das Golden Pocket auch nochmal abfischen. Hat sich der Kurs nicht geholt, der Kurs ist nur in diese lila Box reingekommen, also in diesen Trend hinein, an die Psy-Range, aber ist jetzt erstmal völlig egal, weil wie gesagt Short und Long läuft einfach noch von letzter Woche. Deswegen haben wir hier jetzt erstmal keinen Stress. Was hat zu dem Abverkauf geführt? Es können ganz sicher nicht die News aus den USA sein, weil die waren einfach absolut bullisch. Und ich komme nicht, ganz ehrlich, ich komme langsam nicht mehr auf diese kompletten steigenden Märkte, einfach klar. Wir haben, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, Wohamas, 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 Bruttoinlandsprodukt ist auf, na wo ist es denn, na hier, Bruttoinlandsprodukt ist noch einmal gestiegen und zwar auf 5,2%. Gleichzeitig, und das ist eben das Interessante, wenn wir uns jetzt mal, Wohamas, Wohamas, Brutto, also genau, die realen Konsumausgaben sind dafür gesunken, Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen und dann kommt noch die dritte Kennziffer, die auch sehr, sehr interessant ist, das sind die Rohöl-Lagerbestände, die sind nämlich auch gewachsen. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass die Wirtschaft so mega gut brummt und trotzdem sehen wir einerseits kurze Abkühlung bei Bitcoin, aber wenn ihr euch dann mal ganz kurz die US-Indizes anguckt, die juckt das einfach einen kompletten Scheißdreck. Es ist einfach komplett unnormal, was momentan hier an den Börsen losgeht, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, ihr seht den Dow Jones, unseren Short, der momentan jetzt ein bisschen im Minus ist. Schaut euch mal noch ganz ehrlich hier den DAX an, der hat noch den Short überlebt, mal schauen, was da heute noch kommt, aber es ist meiner Meinung nach absolut irrational, was hier momentan passiert. Wir haben Leute in den USA, die Kreditkarten mit Kreditkarten mit Kreditkarten tilgen, wir haben eine US-Debt, die einfach immer, immer weiter, immer mehr Schulden macht. Es läuft nichts auf der ganzen Welt und trotzdem steigen die Kurse. Wer es mir erklären hat, schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein, ich werde es einfach nicht verstehen. Und für mich ist es einfach vollkommen in der Bullshit, was hier derzeit an den Marken abläuft. Das nur kurz dazu, kommen wir zurück zu Bitcoin, ist sowieso ein bisschen positiver, also wie gesagt, unsere Short-Position läuft da. Long-Position, wie gesagt, weiterhin hier unten in diesen Preisenbereichen, hier zwischen, ich sage jetzt mal 37.430 bis knapp 37.220 erst einmal geplant. Das ist so der Kontext eben wegen diesen ganzen Demand-Zone, wegen den Ineffizienzen, die wir hier noch haben und den Vector-Candles, würde sich sehr, sehr gut eignen im Laufe des Tages. Und ansonsten, wenn wir jetzt nochmal das FIP-Level ziehen, von unserem Top von gestern bis zu unserem Tief, sehen wir auch, okay, wir wurden hier jetzt schon am Golden Pocket rejected. Sollten wir hier drüber kommen, sehe ich erst einmal nicht mehr das Golden Pocket nach unten hin als Test kommen, dann sehe ich eher wieder hier den Preisbereich zwischen 39.000 und 40.000. Ansonsten sollte es so bleiben und wir gehen jetzt nach unten und holen uns hier eben diese Liquidität ab in diesem Preisbereich, wäre das die nächste Long-Option und dann gehe ich weiterhin davon aus, 39.000 bis 40.000 US-Dollar sind möglich. Ich habe gestern mal geguckt, aus Scheiß bei Glasnode, mittlerweile gibt es glaube ich nur 2,3 Millionen Bitcoin auf den Börsen, es gibt neue Whales, die langsam dazukommen, eine hat glaube ich jetzt innerhalb von einem Monat 10.000 neue Bitcoin akkumuliert, Platz 73, mittlerweile in der ewigen Bestenliste, wenn man das so gut so sagen kann. Also Bitcoin bin ich deutlich bullischer, als was die ganzen Aktien, die CS etc. pp. angeht. Verstehe ich nicht, werde ich nicht verstehen, Bitcoin verstehe ich und da wird die Nachfrage auch nicht weniger werden, meiner Meinung nach. So, das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Daily Time Film hat sich nichts getan, Daily Close war auch weiterhin Bullshit. Also bin ich einfach nicht wirklich bullisch. Ihr seht hier den Close auch von gestern, fast an diesem letzten Hoch hier gewesen, wäre mal ein erster Step gewesen, aber ansonsten kratzen wir die ganze Zeit nur die Liquidität eben hier oben ab. Gehen wir rüber zu Ethereum, hier eigentlich genauso langweilig wie gestern, also hier müssen wir uns nicht lange aufhalten, da tut sich einfach derzeit gar nichts. Nach dem Hit in's Golden Pocket, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir nicht in die Long-Position rein sind, bewusst nicht, schwanken wir hier auch schon wieder ein bisschen. Also wir haben ein bisschen Probleme, hier ein höheres Hoch reinzubekommen. Seht ihr auch hier, Liquidität abgegriffen, Doppeltop rein und dann nach unten. Von hier aus, wenn wir mal das Fit Level 10 sehen, wir auch okay, Hit in's Golden Pocket hier auch wieder. Aber der Impuls fehlt mir hier ehrlich gesagt ein bisschen. Also volumentechnisch ist es absolut grauenvoll. Hier möchte ich derzeit einfach nicht in irgendeine Long-Position noch irgendwie reinrennen. Macht meiner Meinung nach hier überhaupt keinen Sinn, hier auf Biegen und Brechen zu versuchen, eine Long-Position hier aufzubauen. Vektor-Candles technisch haben wir eigentlich jetzt auch nichts mehr hier wirklich Signifikantes abzuholen. Natürlich, die hier unten, die wurde aber schon abgeholt. Ein Stunden-Timeframe, wie sieht es dort aus? Auch hier eigentlich alles abgefischt. Auf Ein Stunden-Timeframe seht ihr auch hier perfekt eigentlich die Liquidität hier an diesem Tief abgeholt. Also Ethereum hat alles abgefischt. Nach unten hin würde es nur gehen, wenn Bitcoin eben noch unsere Long-Position hier unten nochmal abholt. Ansonsten ist Ethereum vollkommen uninteressant. Wir sind unter der Psy-Range. Wir haben jetzt zwar hier knapp wieder über dem Daily Open, aber an sich, wenn ihr das hier seht, keinerlei Liquidität, die hier unten unbedingt abgeholt werden muss. Die nächste liegt dann erst hier unten bei 1.916 US-Dollar. Ob wir da dann hingehen, wenn Bitcoin diese Korrektur von 500 Dollar kriegt, wage ich zu bezweifeln. Deswegen würde ich mich hier erst einmal etwas zurückhalten. Ansonsten, wie gesagt, Märkte absolut Bullshit. Was die US-Märkte anbelangt oder was den DAX anbelangt, warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Die Short-Positionen laufen weiterhin. Und ansonsten Euro vielleicht nochmal ganz kurz angucken. Auch hier Short läuft. Ja, was soll ich dazu sagen? Gestern hier hoch kurz auf 1.10 gegangen und fühle mich auch weiterhin absolut irrational. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Vielleicht habt ihr eine Antwort auf meine Fragen. Dann schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten hören wir uns später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Freue ich mich drauf und dann war es das von mir. Wir hören uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay good.